Hallo Frosty, Tag 26 So, Frosty feiert heute Fasching und ist natürlich schön in Stimmung hier, mächtig und da gibt es gleich mal ein paar Luftpfeifer Ach, geht natürlich wieder mal nicht Keine Ahnung warum das Feuerzeug dann nicht gehen will So Jawoll Es fehlt mir gerade noch, dass das Feuerzeug nicht geht Ups, die Krawatte So nochmal so ein Na, naja, muss halt ein richtiges Feuerzeug her Natürlich geht das Teil wieder mal nicht Drecks Teil Mach ich mal das hier Sau hell, Disco-Licht für Frosty Jawoll So, mal den Blindgänger hier Und Na, da war Super Ach komm Gleich nochmal ein Gold- und Silberregen für Frosty Ich werde mal wahrscheinlich besser die Windrichtung beachten So Na ja, ist ein bisschen schwächer Und hier nochmal Frosty mit Licht, damit man auch gut sieht Und weil morgen Weiberfasching ist, gibt es natürlich gleich nochmal Zusatz Ganz Dampf Super, das war's dann mit dem Video Und tschüss, bis morgen Tschüss, bis morgen mit einer cuarta coming Aber also あ la